Was machen wir in Spanien, Levin? Ja, süße Weben am Strand. Mhhh. Boah, ich freu mich. Waguanski. 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 Leute, ich hab das für euch auch noch ausgedrückt. Waguanski, Leute. Ja, naja, gerade an. Voll schlimm, ne? Letztes Jahr mussten wir auch eine Stunde warten. Hallo. Hallo, Lipo. Mon frère. Hallo, Tessa. Hallo. Um halb sechs. Was geht Schmett? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Priechesko. Priechesko. Moment, wicke die Popo und das Gesetz. Du wohnst dir, du lernst mich kenn. Ich ess jetzt mal ein Baby-Belt schon. Ich will gleich hacken, Jungs. Hack gleich. Es läuft, Tessi. Das war gut. Wir werden so viel trinken, die wissen es nicht. Wir saufen Lorette leer. Was machen wir? Wir schrauben! Ich wette 20 Euro, dass Jona fremd geht, Leute. Was willst du da ranbeißen, Levin? Christian! Christian! Ich kann nicht kochen! Schokolade! 2, 4 und 5. Einige Wurstfahrt war gut und die Info-Veranstaltungen. Jetzt hatten wir Info-Veranstaltungen. Gleich gehts Check-In. Super, super heiß. Und Bumble, oder? Bumble, du. Bumble, du. Starboy for life. Wir sehen so fies gerade auf. Kommt gar nicht gescheit schlafen. Weil dein Look einfach in meinem Gesicht war. Weil du dich so auf mich raufgelegt hast. Aber ich bin schon glücklich, Digga. Ja, der braucht nur kurz Rose zum Fremdgehen, Digga. Komm, wechsel das Thema. Und rumtapter hart. Oh! Uhr mittags in nem Tour. Bus. Pen. Oh ja, Litsi. Oh ja. Ah, bitte. Christians Fuß. Niklas, mach, 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 mach! Wo ist Christians Wasser-Tank, Digga? Ich brauche Wasser. Scheiße, sein Sohn ist ein Zumpf, Digga. Guck weg. Oh! Oh! Sie ist keine Bitch. Fuck, bitch, fuck. Niklas! Der einzige, der heute fremd geht, ist Lipo Berlin. Höhle, nein, Bruder. Wir sind vier in einem Pack und hier 1,50. Direkt bei den Dingern. Und bei uns haben wir acht Stück ein. Das ist Cap. Das ist gar keine Cap. Ja, Buenos Dias. Hopping, bevor der big win. Digga, wir Freispiele holen, dann... Wir gehen jetzt zum Handy, Mann, weil Nitsi gestern mein Handy kaputt gemacht hat. Wie ist das? Hey, gang, gang, gang. Boah, was soll ich erzählen? Hey, 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 gang, gang, gang. Nur damit ihr das mal probieren könnt. Ist das nicht Fanta Exotic? Mal, wer heißt oder schwul sein? Schwul sein, Bruder. Guck mal, was Levin und ich gerade gekauft haben, Leute. Wir sind hier in einem random spanischen Restaurant. Du, kickflip, kickflip. Oh mein Gott, meine Kamera ist tot, Digga. Jesus, was schade. Das ist voller Dings, Alter. And the fuck going on? Gang auf dem Stein. Du guckst hier runter, du könntest aber sterben, Digga. Du weißt, nix hält dich auf, hier runter zu können und zu sterben. Danke an die, dass ihr wett oder da gebracht habt. Ich denke, die Kultur... Ich bin gerade durch den Security-Mann reingelassen worden. Ich stand die ganze Zeit draußen. Ich kam nicht rein. Alle, die Scheißkuh schläft hier gerade. Hat mich nicht reingelassen. Ich bin so sauer. Anstatt die mir aufmacht, liegt die in meinem Bett und schläft nicht mal in ihrem Bett. Die schläft in meinem Bett. Digga, die hören uns zu. Geht weg. Die sind nicht echt, Leute. Walala süß, Digga. Ich geh jetzt mal in Sonnenbrille bei Christian zurück. Es ist jemand da. Er weiß nicht so besser aus, Digga. Wir fangen so ab, Digga. Und dann... Du bist besser. Heike, grüße mich. Du bist besser aus, Digga. Du bist besser aus, Digga. Daniel! Deutschland, Bruder! Lin hat viel schönere Fingernägel. Also für mich subjektiv sind Mias Nägel zehnmal schöner. Aber objektiv sind in diesen Nägeln mehr Arbeit geflossen. Deshalb sind sie auch objektiv vielleicht ein bisschen schöner. Mia, Baby, wenn du das siehst, bitte weißt du, was ich meine? Füße in meinen Mund. Shoutout unser Perlen. For real, for real. Levin. Digga hat mega durchgeführt. Unnormaler ist das. Was hast du gestern getan? Ich lasse ihn erst wieder los, wenn er mir Justin Bieber-Tickets kommt. Den hat die einfach gesehen. Ergere Brille. Wo ist Christian, Digga? Wo kann ich nicht leben? Oh, Lilian! Ich bin schon mal ein Fan und die nerven die so krank. Wenn die reden können, würden die jetzt... Boah, die würden die so beleidigen und anschreien. Was läuft, was läuft. Wir waren gerade eben mit den ganzen Jungs und Mädels. Waren wir da am Strand. Haben ein bisschen gechillt. Ein paar sind ins Wasser gegangen, ins Meer. Ja, wir waren noch an dem Schloss, an der Burg da oben. War voll die schöne Aussicht. Voll die schöne Küste und so alles. Und haben uns noch so ein Slush-Eis gegangen. War sehr schön. Sehr schöne Zeit, ja. Jetzt sind wir hier im Zimmer. Die anderen sind noch Subway. Wie viele haben wir? Viertel vor zwei. Irgendwo fahren wir nach Barcelona. Ja. Ja. Gucken die Stadt so an. Ja. Yo, Lewinsky. Wie war Subway gerade eben, Digga? Digga, auf einer Skala von 1 bis 10. Ich frage nochmal, Digga. Ja, war geil. Subway ist... War echt geil. Digga, Subway ist nicht gut, ehrlich. Am Ende war ich richtig fertig, Digga. Ich dachte so, Bro, warum ist mein Magen so voll? Nicht alleine nach Hause gegangen. Es war voll schön, Digga. Waren so Leute, haben jetzt so gegrüßt. Ja. Barcelona. Wir gehen jetzt zum Bus-Station. Und dann fahren wir mit Bus nach Barcelona. Let's go. Hi. Hello. Lass uns etwas, dass du einen nicht direkt die Next nehmen, sondern... Wir fahren jetzt einfach ohne die. Heute geht's in Barcelona, meine Freunde. Hier haben wir ein Ticket. Levin klärt, weil er so richtig kratzt war. Ich kann eigentlich gar kein Sport. Ja, wir haben nur die Tickets. Oh shit, du kennst die Vibes, man. Wir fahren jetzt nach Barcelona. 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 Arsch. Es ist weg. Heute, heute besten wir Strangers, Digga. Ich werde dir jetzt einen Unterholen. Du hast gewonnen, Digga. Heute best ich einen von ihrem Zuschauen. Ich werde dir jetzt einen Unterholen. Alter, total in die Fresse. Nee, keine Ahnung. Digga, der Nächste, der abonniert hat, Digga, den geb ich Arsch, Alter. Ja, beim Herzen ran. Vamos a la Playa. Wo sind wir, Jungs? Taco Bell. Wir sind direkt mit uns in unserer Garde. Die Familie. Wir lieben. Wir lieben. Grüß auf Seebach. Azeck für Seebach. Wir haben viel Geld. Wir lieben. Wir lieben. Wir lieben. Mit Menschen, Schleid, den sie zufangen. Nur ein wenig. In diese Fresse. Wir lieben. Wir lieben. Ja, wir lieben. Wir lieben. Wir lieben. Kataluña ist wie Ucraina und der rei Español ist Putin. Was? Nein! Da meinst du, dass der spanische König Putin ist. Wie kann sie twerk? Ich kann es, aber du musst 5 Euro bezahlen. Nein. Wie viel ist dein Outfit wert, brä? Ich weiß, 10 Euro, ich weiß nicht. So, die preis ist? Ich will den Stager, ich will den Sie aufbauen. Nein! Have a nice day, brä. Oder du willst die preis? Nein, nein, nein. Wie viel ist dein Outfit wert? 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. 150 Euro. 100 Euro. 150 Euro. 150 Euro. 150 Euro. 100 Euro. 150 Euro. So, wir haben einen Preis für Sie. Der Preis ist das. Ich will den Sie aufbauen. Ist das okay? Ja, danke. Ja? Have a nice day, brä. Danke. Sehr gut. Okay. Wie viel ist dein Outfit wert, brä? Superstars. Superstars. 120 Euro. H&M. 7 Dollar. 7 Dollar. 25 Euro. Das ist ein Primark. Das ist ein Bandana. Das ist 3 Euro. Schön und schön, brä. Danke, man. Jack-Carlo. Jack-Carlo. Levin. If I ask you a Jack-Carlo, I'm gonna jack you up right now. Hey, ich bin der Emil. Ich komme aus Gresen, Sachsen, Deutschland. Geile Scheiße. Ja, ich... Alles AFTV-Labura. Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. Als ob... Nee. Okay. Levin. Alle Menschen sind cool, solange sie cool sind. Geil, geil, geil. Ich werde Emil jetzt auf Geltsahein runterholen. Schönen Urlaub wünsche ich euch, Jungs. Ich nutze gerade. Lieber? Ja. Mach ganz mit dir an. Nein, nein, nein. Fuck no, nein. Sieben. Sieben. Ohhhhhhhhhh. Benz ist da. Hey, hey! Benz ist da. Benz ist da. Benz ist da. Wie heißt sie noch mal? Emil. Unser Homie Felix ist besser, Mann. Er ist... Ja, kann mit dabei sein. Es ist so, dass du den Mama. Käse auf Kumpel ist scheiß auf den Böden. Sie halten mich schon mal froh, denn ich bin sie mit Städter und ich freue mich schon mal so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Lecker, lecker Döner. Bestmaler, bester Döner-Laden. Das ist Goat-Fangery. Und jetzt gibt's Döner. Ich hab einen. Sag bitte Arschritte, Döner. Bitte sag bitte Arschritte, Döner. Bitte sag bitte Arschritte, Döner. Arschritte, Döner. Wenn ihr wirklich meine Freunde, Döner, dann hättet ihr mir das ausgeredet. Nur, wie gesagt, ich bin euch einfach nicht wichtig genug. Ich hab einen Haar im Rund, Döner. Arme, Döner. Und im Kaffee, Döner, Döner. Yes. Warte. Ja, genau so. Wie ein bisschen. Ich hab einen anderen. Danke, Ging, Ging, Ging. Was würdest du machen, Leute? Der Star ist noch... Wir gehen ins Trawbergs in Londoner. Amir. Danke schön. Vlog, 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 vlog! Anik! Perfecto! Achtung! Hier sind Steine und da müssen sie rauslassen. Das sieht mega schlimm aus. Und dann ist da eine Content-Linie und dann wird's Joe drauf. Kann ich zoomen? Sieht man da? Ja. Ausgecheckt. Ausgecheckt. Genau. Und sie meinten, wir können aber den ganzen Tag noch hier schwimmen und alles machen. So, wir waren gerade eben in Spa. Wir entspannen. Mega, mega. Ich bin neu geboren. Es war mega cool. Und sie hatten auch sehr gedanken vor. Sehr, sehr cool. Wir machen nächste Woche. Nina. Tschüssi. Tschau, tschau. Wir sind jetzt gleich nach. Regat, dann war's das vorbei. Ja. Mega schön. Das letzte Mal 2023. Gangsthet. Yes, Sir.